ok weitere optionen ok hier muss ich dann wahrscheinlich mit das hier machen belohnungen ah krass option verlassen ah wie geil so und dann hier den habe ich ja auch noch ich würde aber gerne ich würde schon gerne den hier machen finde ich finde ich sieht geil aus gefällt mir mehr also umso mehr wir von den ja zauberstäben hier finden umso mehr skins schalten wir frei das finde ich super das ist cool dann muss man keine skins kaufen so wie ein fortleid dann kann ich hier einfach so freischalten ja komm ich will hier hoch hier könnt ihr auch noch was sein ich hoffe hier ist noch ein zauberstab ok bisher sehe ich hier noch nichts ok dann gehen wir mal weiter runter wenn hier nichts weiter ist oder wir rutschen runter ok das war jetzt cool und da ist die füchse ich gehe mal davon aus dass eine füchse ist dieser geist wie lange ich heute mache mal schauen also ich weiß jetzt nicht wie lange das spiel dauert aber wenn es geht würde gerne heute versuchen sogar das spiel noch zu ende zu kriegen wenn das nur zwei drei stunden dauert ansonsten schauen wir mal also ist eigentlich open end heute ok das ist jetzt ein langer weg zu rutschen ok einmal kurz gewaschen da können wir noch mal duschen ich dachte wir klatschen jetzt auf irgend also steine hier dass wir da voll aufklatschen ich habe das jetzt interessant hier das sieht jetzt mega geil aus und was haben wir hier ja ok erst einmal hinlegen sieht sehr bedrohlich aus auf jeden fall gefällt mir so schön düster rot und so sieben bis acht stunden okay dann ziehen wir durch die sieben bis acht stunden ich weiß jetzt wirklich wie lange wir das schaffen also wie lange wir heute machen ist auf jeden fall open end kann auch sein dass ich jetzt um vier uhr morgens erst das spiel den stream beende kann auch sein je nachdem wie viel bock es macht bisher scheint es noch kapitel 2 noch scheint es der bock zu machen auf jeden fall wir sind verletzt und nein unsere pfote wir humpeln Pascal hier ist keiner gezwungen dabei zu sein da mache ich auch keine vorwürfe oder sonst was aber das fuchs tut mir echt leid und jetzt rutschen wir auch noch mit der kaputten pfote ok eine fuchsstatue wir können nicht springen wir können nicht schneller laufen ok können wir unsere wunden eigentlich lecken ja ich komm schon ich finde aber die musik richtig schön wirklich boah sorry wenn ich nichts sage aber ich will irgendwie auch die musik genießen ist richtig schön wirklich ok und hier wieder bedrohliches rot hier auch wieder bedrohlich ach so ich soll mein mikro abklemmen überlege ich mir ja am besten auch noch die facecam weg mikro weg und dann einfach einfach nur spielen ohne ohne gesprochen da hat wieder ein zauberstab das heißt der totem ist auch irgendwo in der nähe sein genau da können alle die musik genießen ne ok und wo ist jetzt der tote ich habe keine ahnung was das bedeuten soll aber ich glaube ich glaube die ganzen magier hier sind von einem unheil abgemurkst worden sage ich jetzt mal so gestorben sie wurden gestorben ja und ich glaube wir befreien mit den zauberstäben ihre seelen weil die keine ruhe finden das ist die theorie die ich jetzt aktuell noch habe das ist jetzt unser vierter ein haben wir vergessen und nein wir haben einen vergessen wir können nicht mehr zurück wo könnten wir den einen vergessen haben das macht mich jetzt irgendwie richtig ja richtig fuchsig hier dass ich den einen vergessen habe und ich weiß nicht ob wir zurück können ok anscheinend müssen wir zum wasser und da mal schauen was ok controller ist jetzt ordentlich am vibrieren was will jetzt dieser fuchs von uns genau hier ok wir legen uns noch mal schlafen und ladebildschirm und ladebildschirm ja wir können fliegen wir sind super fuchs jetzt fehlen nur noch die laserstrahlen aus den augen und wir leuchten jetzt auf ich habe jetzt gerade keinen plan wo ich hin muss aber wir können wieder ganz normal auch ich muss hier dran vorbei von hier kamen war der der zeigt unseren weg ok aber krass wir leuchten jetzt jetzt geht das auch und wir leuchten nicht mehr wenn wir dahin gehen leuchten wir wieder schade wie süß das ding johlt auch ich glaube hier gibt es sonst nichts mehr zumindest nichts zu sehen und nächstes kapitel wahrscheinlich kapitel 3 krass aber jetzt bitte nicht verraten wie viele kapitel es insgesamt gibt das will ich selber herausfinden genau mit einem feuerschweif wäre ich jetzt auch noch firefox genau das hatte also mit a aber mit a passiert hier nix vielleicht meinte der springen aber das ist nicht mit a das springen und da hinten ist jetzt wieder zugemacht worden glaube ich so ich sehe ich jetzt aber kein zauberstab und hier war ja alles klar hier sind jump und run ich hoffe das spiel ist auch dafür ausgelegt und jetzt können wir nochmal ok jetzt haben wir nochmal irgendwas mit magie aufgesammelt Wahrscheinlich hier der Stein, ne? Ja. Ah, und den Zauber können wir wieder einsammeln. Okay. Und hier auch nochmal. Aber ich schaue mal, ob hier irgendwas noch ist, wofür wir das brauchen. Also ich hoffe, dass hier noch irgendwas ist. Okay, hier können wir nichts machen. Vielleicht finden wir noch einen Zauberstab. Okay. Okay, hier eher auch wenig. Ja, komm, ich will jetzt... Genau. Hier kommen wir nicht hoch. Wo ging es nochmal hoch? Hier. Komm, ich will da... Steuerung... Ist noch gewöhnungsbedürftig. Okay, aber das war es dann wohl. Ich glaube, hier unten gibt es sonst nichts. Da können wir nochmal Magie aufladen. Kann sein, dass wir vielleicht mehrmals wieder zurück müssen. Ah, okay. Hier können wir auch nochmal Magie auftanken. Ja, jetzt waren wir viel zu viel nass geworden. Ah, ich sehe da wieder einen. So, den hier einmal. Voll machen. Ähm. Okay. Bestimmt gibt es hier noch irgendwo was. Jau, hier. Okay. Ah. Hier gibt es wieder welche. Ah, jetzt. Dann machen wir den hier. Okay. So, wir laden uns nochmal auf. Dann gucken wir mal da. Ob hier vielleicht auch noch so einer ist. Ne, hier geht es nach oben. Zauberstab. Okay, wo ist der Tote? Jetzt müssen wir den Toten finden. Ich glaube, da oben ist er. Das da sieht nach dem Toten aus. Ja, das ist der Tote. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht wieder einen vergessen. Und, welcher ist das? Ja, nice. Wir haben nur einen bisher übersehen. Einen vergessen. Okay, dann geht es hier jetzt weiter. Und nochmal Traumfänger. Nice. Aufladen brauchen wir uns jetzt nicht noch einmal. Okay, hier geht es nicht weiter. Dann hier einmal wahrscheinlich durchschwimmen. Ja, genau. Einmal abschütteln und... Ah, hier. Müsste hier jetzt gleich was aufgehen. Ja, mach mich nass. Wahrscheinlich... Hä? Komm. Okay. Muss ich vielleicht wieder zurückschwimmen? Ah, hier geht es jetzt weiter. Ist aber auch ein bisschen simpel gehalten. Hier laden wir uns nochmal auf mit Magie. Bisschen Mana tanken. Noch ein Zauberstab. Okay, hier muss dann... ...irgendwo in der Nähe noch ein Magier sein. Die Frage ist, wo sind der Magier? Ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht ertränkt. Ich hoffe, wir finden den Magier noch. Nicht, dass er jetzt unter Wasser ist. Komm ich da noch ran? Äh? Okay. Okay, irgendwie funktioniert das nicht, wie ich das hätte gerne haben möchte. Dann suchen wir mal einen anderen. So, aber jetzt mal schauen, wo ist der Magier? Ja. 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 Vielleicht ist er sogar hier irgendwo. Nee, ich komme hier nicht hoch. Okay. Ähm. Nein. Toll, den ganzen Weg wieder von vorne. Wo ist das da der? Nein. Ist ein Stein, das vom Weiten für mich aussah wie ein Magier. Oh, ich habe echt das dumpfe Gefühl, der Magier ist irgendwo unter der Erde, äh, unter Wasser hier. Dass wir den nicht mehr finden werden. Okay, hier bricht wirklich alles zusammen. So. Wo haben wir jetzt einen Magier? Komm, ich fülle die Blumen. Wow. Ich glaube, den Magier finden wir nicht mehr, oder? Ach so, jetzt haben wir das nicht eingesammelt. So. gib mir jetzt das Mana der Blumen. Ich glaube aber wirklich, den Zauberstab haben wir jetzt umsonst mitgenommen. Da kommen wir nicht mehr weit. Wow. Ah, okay. Jetzt geht das mit dem Wasser runter. Kann ich den jetzt noch mitnehmen? Ja. Ich hoffe, wir finden noch den Zauberer. Das Ding reagiert. Das heißt, der ist irgendwo hier. Zau- Warte mal. Zauberstab reagiert. Ich glaube, der zeigt, der Zauberstab zeigt, wir sind in der Nähe. Das heißt, wir brauchen jetzt nochmal den, die Magie der Blumen. damit wir jetzt hier nochmal das Ding da aktivieren. Vielleicht geht an Wasser noch ein bisschen runter. Und dann finden wir vielleicht hier noch den nächsten Zauberer. Boah, ich hoffe, das, was ich vorhabe, funktioniert. Vor allem, wer reagiert ja hier? Das heißt, wir sind hier in der Nähe. So. Das füllen wir jetzt mit Mana. Oder auch nicht. Okay. Wir sind wieder hier. Aber, hä? Wo muss ich jetzt damit hin? Zauberstab, nein, zuweigesprungen. Der reagiert hier doch. Ich glaube, den, den Magier haben wir auch verloren. Der reagiert hier vorne. Oder ist er hier irgendwo? Ne, hier reagiert er auch gar nicht mehr. Oder ist er hier, wer strömt mir da? Wir bringen wir aus, dass wir hier in der Nähe Mois dass wir uns nicht mehr haben, dass wir uns nicht mehr haben. Und wir sind ja nicht mehr, dass wir uns nie mehr, dass wir uns nicht mehr als ein Lektor Laurence verfolgen. Aber auch das ist, dass wir uns nicht mehr, eventuell, dass wir uns ja, dort sind, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020